So, der Schilling meldet sich zurück mit einer kleinen Testaufnahme vor, Jure, was auch immer das heißt. Ja, ich möchte nämlich jetzt so die Einstellungen von meiner Webcam testen, habe mir nämlich jetzt ein neues Programm runtergeladen, mit welchem ich in der Webcamaufnahme auch 30 Frames per Second habe. Das war nämlich bisher leider nicht so und ich bin einfach nicht dahinter gekommen, woran es liegt. Hab schon, oh, Jetkill, Jetkill, Schilling, der Jetkiller, Kick, Permaban. So, hab einfach nicht herausgefunden, woran es liegt und ja, Schilling, mach mal wieder Fratzen, Cam. Das heißt übrigens nicht, so, das heißt übrigens nicht, Gamecam. Die Gamecam ist was anderes. Nein, ich habe keine Muni mehr. Ey, jetzt wird hier Nahkampf-Action. Yo, Hammer, MC Hammer, yo, Hammer, MC Hammer, yo, Hammer, MC Hammer. Oh yeah, so, das heißt nicht Gamecam. Die Gamecam ist das, was man hier so im Spiel sieht. Game, Spiel und so. So, oh, das war der zweite. Noch einer, go, 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 noch einer. So, und jetzt möchte ich eben schauen, ob das diesmal mit 30 FPS passt. Nicht, dass ich dann irgendwann mal vielleicht eine fette Game-Session hinlege. Da wirft er die Nades! Da wirft der Typ, der so aussieht wie ich die Nades. Das ist ja wohl die reinste Frechheit. So, nicht, dass ich mal vielleicht eine Stunde aufnehme. Und dann passt irgendwas nicht. Und die Webcam ist zum Beispiel asynchron oder was... Oh, der Nade-Werfer. Sacrible, Double Kill. Triple Kill. Komm, noch einer. Oh yeah, jetzt geht's ab. Great Kill. Ultra Kill. Äh, genau. So, yo, äh... Was gibt's zu sagen? Was gibt's zu sagen? Nichts. Das ist, wie gesagt, nur ein Test. Test 1, 2, 3. Das ist ein Test. Da ist die 11. 1, 2, 3. Und, yo, wenn der klappt, dann werde ich sowas vielleicht in Zukunft öfters machen. Ich hab jetzt am Anfang nur mal... Oh, da kommen schon wieder die Nades. Ich hab am Anfang jetzt nur ein Game genommen, welches ich schon kenne. Wo ich mich häuslich fühle. Aber vor allem andere Games, wie zum Beispiel... Vielleicht mal zur Abwechslung Horror oder irgend so ein Minigame Free-to-Play. Gibt's ja auch einige. Sowas könnte sich da auf jeden Fall eignen. Oh, willst du mit mir tanzen mit deiner brennenden Hurricane? Oh, Siris! So, Triple Kill. Das gefällt dem Schilling. So macht's Spaß. Äh... Er gibt Gas. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Oh, komm nochmal. Komm nochmal. Josiris will dich. Ah, ich will dich vernaschen. Oh, bist du... Ah, lecker. Oh, ja, ja. Erst Granaten werfen und dann Nahkampf wollen. Oh, das sind mir ja die Liebsten. So, na, wo bin ich? Fang den Schilling. Wo ist der Schilling? Der Schilling staubt die Kills ab. Der Schilling staubt die Kills ab. Mit der Belichtung muss ich auch noch abchecken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da... ...bisher das alles richtig gemacht habe. Aber ich will gar nicht, dass die... ...die Facecam so im Vordergrund steht. Sondern einfach nur so nebenbei. Weil das lenkt vielleicht ansonsten auch ein bisschen... Also, jetzt hab ich nochmal gar nichts. Ein bisschen vom Gameplay ab, so. Okay, der gehört mir. Meiner! Meiner! Du blebbe! Du blebbe! Dreh blebbe! Oh, jetzt nicht mehr. Das wird zu spät. Komm her, komm her, mein Freund. Ich hab keine Muni mehr. Der hat mich gekillt. Der hat mich... Schilling ist über den Wolken. Über den Wolken kann die Freiheit so grenzenlos sein. Jetzt lädt er nach. Und läuft mir nach. Komm her. Mit deinem Sturmgewehr. Ach, bestimmt. Ja, natürlich. Sackgribble. Ich schimpfe hier gerade auf... ...hier französisch und so. Also schimpfen, das ist ja kein... Schimpfen, aber... Ey, von wo kommst du daher? Verstecken. Taktisches Warten. Ey, dreh dich um. Nicht du. Du kannst nach Hause gehen. Geh doch zu Hause. Geh doch zu Hause. Genau, also ich will das gar nicht so groß haben, sondern nur ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht sogar Transparenz. Muss ich noch abchecken, wie ich das so machen werde. Radar, was sagst du mir? Gar nichts sagst du mir, denn du kannst nicht sprechen. Oh doch, ich kann sprechen. Oh Mist, das klappt ja jetzt nicht so gut, wenn man mein Gesicht sieht und auch merkt, dass ich das ja rede. Diese zweite Stimme. Die Stimme aus dem Off. Oh, da hinten. Ba, ba, ba. Alter, bestimmt. Ja, bestimmt, Mann. Und jetzt will er Nahkampf wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Juhu. Oh, Schock meines Lebens. Gib mir nicht den Schock meines Lebens. So, jetzt bekommt ihr Rache. Wo war der? Wo war der? Oh yeah. Lol, Gamer. Ich denke, das Lollen wird dir vergehen, wenn du meine Schüsse in your face bekommst. In your... Oh, dich habe ich gehört. Denkst du, ich habe dich nicht gehört? Ich habe ein schönes Headset. Da höre ich dich ganz gut. Oh, ein bisschen kurz warten. Alter, wie der einfach nicht... Das ist Deathmatch. Wie der einfach nicht auf den anderen geht. Oh mein Gott. Ja, lustig, lustig. Die Leute von heute. Vielleicht hat er ihn nicht gesehen. Der ist ja nur... Ja, riesig. Keine Ahnung. So, hier muss irgendwo... Da, Robin Hood. Er verteilt das Brot unter seinen Armen. Genau. Äh, das war's. Und vielleicht geht's auch mal nächstes Mal weiter. Spieletrend, oh Spieletrend, unser chilligen Chill.